Natürlich gibt es für das Team von Las Vegas Fanproduktion auch mal freie Tage und die genießen wir im Hohen Loge heute in Hummelweiler bei einem tollen Fischfest. Denn Fische sind gesund und wir sind dabei und produzieren Gerhard so nebenbei noch einen kleinen Film. Servus, ich möchte recht herzlich hier begrüßen, Hummelsweiler heute bei uns am wunderschönen Vatertag. Wie du siehst sind sehr sehr viele und zahlreiche Gäste hier erschienen. Wir kommen gerade von unserem Wettbewerb zurück. Wir haben einen Fischerwettbewerb gemacht unten an der Spitzensägemühle. Insgesamt haben 42 Angler mitgefischt und das ist der größte und die meisten Fische hat jemand gefangen. Das waren 13 wunderschöne Forellen und deswegen kommen wir jetzt gleich zur Preisverteilung. Wir haben neun Preise. Es geht um den goldenen Angelhagen. Das ist jedes Jahr ein super toller Wettbewerb. Die Leute waren hellauf begeistert. Im Moment sind wir gerade dabei die Preise aufzuteilen und aufzustellen. Und dann gehen wir an die Preisverleihung über und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag hier bei uns heute, Hummelsweiler. Und ganz, ganz toll, dass du da bist. Alles, alles Gute, Joe. Hau rein, lasst es gut gehen. Gerhard, vielen herzlichen Dank für die tolle Aufnahme hier in deinem Fischerclub, Anglerclub. Und wie ihr seht, ist die Preisverteilung voll im Gange. Es ist nicht nur die Angelroute, die man gewinnen kann. Man sieht, die Fischer haben die Wahl der Qual. So wie ich auch mit der Speisekarte. Ich habe mich für Sanderfilet entschieden. Wobei die Schlange schon ziemlich lang ist, aber gerade das macht den Appetit so schön auf Fisch. Natürlich ist der Fischtag auch der Vatertag heute. Und man sieht sie mit ihren Pollerwagen. Sie sind dabei. Und die Gemütlichkeit im Hohen Logen, die beende ich heute im Bierzelt bei denen. Und es wird wahrscheinlich spät werden. Vielen Dank an dich, Gerhard, und an Hummelsweiler. Es war toll bei euch. Danke aus Las Vegas.